Zurück. Jetzt schau mal schnell. Mir fehlen viele. Zwei. Oder? Ja. Zwei Stück. Und das ist nicht fair. Ja, das hast du nicht gemacht. Ich bin nicht stolz auf dich. Nö. Der ist weg. Der ist da ein Scheißdreh weg. Ja, ja, nein, ich mein den fetten da, dem das Knie verdreht hast. Der war gut. Ich weiß. Hab er eh gemacht. Ja, jetzt nimm was der hat. Hoppla. Das hat jetzt aber gescheubert. Das hat jetzt die Dusche gemacht, du. Oh ja, schau mal was du da nehmen kannst. Ach so, das ist wahrscheinlich früher. Mein Gott. Den kann man auch echt nicht ausweichen. Ja. Jetzt. Und? Ja, wenn ich in der Luft immer fuchtel, dann zieht sie ihm auch Luft raus. Fett aus den Lungen raus. Also voll raus. Warte, jetzt nicht. Jetzt und geh zurück. Geht nicht, geht nicht. Jetzt zurück. Ja, ich weiß, aber mir sagt das immer nie jemand. Dass ich keine Puste hab. Ja, sag's dir. Jetzt schmeißt du ja schon wieder weg. Ja, weil ich wusste, dass er gleich stirbt. Ja. Hä, wo ist denn der andere Tote da? Der ist ja weg jetzt. Ja, der ist weg, weil ich ja auch gestorben bin. Weißt du, die teleportieren sich dann ins Jenseits. Ja, nein, aber du hast doch den auch abgeworfen, sodass bei ihm irgendwie die Waffen drin steckt sind oder nicht. Nee. Keine Ahnung. Fragst du mich schon wieder Sachen, ey? Hm, anything useful. Die Herausforderung beendet. Knackige Kröten. Was? Knackige Kröten. Knackige Kröten. Ein bisschen Musik. Geht da nix, oder? Nee. Knackige Kröten. Garibald. Verstanden ist keine colleges Motivation. Meine Obsahah pensar hey, Father oderатpa sag, dass Körst du dich so schwer attackieren BUT Nein. So, zurück, ui, jetzt hast du das Heft umgedreht, unten untergeschmissen, zack, schaut ja auch schon so sauber aus, musst du gleich noch mehr Träger machen, gehen wir da mit der Sichel hin, und dann unser Baseballschläger kommt da hin, und dann packen wir uns der Nächste, sauber, jetzt geht's los, jetzt geht's los, hier, da ist jetzt der Strom aus, oben, oben sind doch Waffen, wo sind Waffen, oder nicht, du hast doch nach oben geschossen, zu dem Spacken da oben, hä, na vergiss es, du hast so ein Kurzzeitgedächtnis, das gibt's gar nicht, schlimmer als ich gesagt, boah, uja, hat's mich jetzt gerade gerissen, Nee, ich hab doch, du hast es gesagt, bloß weil du pass auf gesagt hast, du bist schuld Ja, zu dem Penner da oben, meinte ich Zu dem da? Ja, da hast du doch was hochgeschmissen Ach stimmt, da sind meine Waffen Hallo Hör mal für die Infizierten Ja, ich hab keine Ahnung, schon wieder irgendwas versäumt Ich glaube, du musst doch... Zeig mir hier irgendwas mit 400 Metern an. Ja, aber in falsche Richtung. Nee. Nee, nee, nee. Komm ich da hoch? Nö. Gut. Komm, das beenden wir jetzt noch. Das beenden wir jetzt noch. Gut, auch nicht. Du hast doch keine Puste. Okay. Lauf, lauf, lauf. Ben. Ui. Ich stehe immer noch mal tot, du dumme Sau. Dann wird es Zeit. Ich will wissen, was da ist. Oh, es ist auch nicht los. Oh, es ist auch nicht los. Oh, es ist auch nicht los. Alkohol. Die kannst du wahrscheinlich nicht öffnen. Doch. Cool. Das war ein normales Paddeliger. Ja. Da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Durchs was? Klar. So weit? Nee, du musst da lang. Ja, du musst da lang. Warum sagt mir das keiner? Ja, ich peil das auch nicht ganz so. Ich habe ja auch erst gucken müssen. Was muss ich da abgeben oder machen? Ich weiß es gar nicht. Ihn Ball. Hey. Oh, ich habe schon wieder das Wort benutzt. Du vergisst das immer. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Schande über mich. Schande über mich. Hüpf. Bam. Er hat nicht direkt einen Überraschungseffekt. Surprise, surprise. Es geht weiter. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was... Schwerer Holzknüppel. Schwerer Holzknüppel. 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 Kann man da irgendwas abgeben? Wie wäre es mit dem Rohr? Halte F. Halte F. Du F. Entschuldigung. Halte F, du F. Wolltest du gerade ein böses Wort zu mir sagen? Nein, nein, nein. Ui. 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 Die hat nichts zu drücken. Also weiter geht's. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Jetzt zeigt er dir aber zweimal was. Ich glaube ich muss hoch. Hat jemand? Nein, ich glaube nicht. Tot. Schweres Rohrrostik. Aufmachen. Ach, das ist das eine Saftpaket. Ich kann da irgendwo was abholen, doch. Ui. Was? Große. Schau doch mal, da ist eben so ein... Jetzt direkt vor mir. Ja, vielleicht ist es ja wirklich irgendwie das Saftdingens. Nein, nein, da ist so eine... Ich muss mal schnell hochschauen. Ja. Ah. Ah. Das ist auch aus dem rausgekommen. Einfach so. Ja, das plumpst aus dem ihre Körper einfach so raus. Ja, weil sie es können. Ach komm. Ach so. Den haben wir weg jetzt. Warum nur? Weiß nicht, der bringt doch nichts. Okay. Du weißt, es ist eine bessere Weise, um diese Dinge zu töten. Jetzt sind wir umsonst da hingegangen. Schon wegen dem Scheiß. Einfach so. Das machen wir nie wieder. Ja, nie, nie, nie wieder. Egal. Laufen wir zurück. Vielleicht sammeln wir so ein bisschen Erfahrungspunkte. Und Geld. Ja. Ist schon recht praktisch. Bist du müde? Ja, ein bisschen. 24, 24, 24, 24, 24. Unnötig. Unnötig und du nimmst es. Nein, nimm doch lieber die 19. Ja, die wollte ich ja auch. Das zeig doch mal nach da an. Warum zeig dir jetzt auf einmal wieder so einen Weg an? Oh ne. Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Da lang. Dann gehen wir doch nochmal da. Was? Was denn? Jetzt zeig dir mal der Weg wieder andersrum an. Was labert der? Was laberst du, ey? Du Labersack. Na ja. Da. Ja, wie rum musst du jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber gut. Wir nehmen schon wieder zu lange auf. Wir beenden jetzt mal die Aufnahme. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht im nächsten Part. Und ich sag Servus. Tschüss. 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 Vielen Dank.